so hallo und willkommen zu einem neuen video von minecraft sky. das letzte mal haben wir die heißeste und kälteste flüssigkeit gemacht und jetzt übertragen wir das mal hierher. wir bauen jetzt eine kleine stromversorgung. für das brauche ich cobblestone. schnell holen. ah ich habe mir noch neue schuhe gemacht. die von n3o. mit dem befassen wir uns dann nachher mit den dunkelstiefeln. dunkelstahl zweimal und dann hat man den. dann kann man noch upgrades und alles drauf machen. was wir aber als jetzt machen ist cobblestone. was ist denn da hinten? die können da rein nehmen. ich hoffe es ist da. so. zack. einmal haben wir. wie gesagt wenn man mit der flüssigkeit an das holz kommt oder so dann brennt alles weg. das ist so heiss. jetzt lasse ich da mal zwei abstand besser. so. noch mal weg 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 weg. so. so. zack. da brauche ich noch die generatoren. die habe ich schon parat. die sollten hier drin sein. wo sind sie. wo sind sie. wo sind sie. wo sind sie. no. da. so. wir könnten es eigentlich noch eins grösser machen. ja wir machen es noch eins grösser. oder zwei. wir haben uns irgendwie noch eins grösser. das ist ja alles. so 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 und so schnell vergrössert den noch weg und jetzt können wir ein bisschen zu wenig von denen aber das spielt keiner los noch ein paar machen haben wir schon wieder safari netz die brauchen wir nicht den haben wir genug haben wir keine mehr sieht nicht danach aus nope gucken schon drei wo ist sie wo ist sie wo ist sie schauen steel ingot aluminium barren bleiblock redstone block behandeltes holz breit ich habe schnell das feld fertig gemacht hier hinten und jetzt können wir einfach die flüssigkeit nehmen zack können wir gleich beide füllen seht ihr hat schon schnee die flüssigkeit ist wirklich so kalt dass es gleich schnee gibt hier und bei der heißen flüssigkeit wird gleich alles brennen hier der cobblestone wird dann die dem stone hinten habe ich einen vergessen habe ich noch einen das ist ja nur das kalte das heisse hätte jetzt alles weg gebrannt wie viel brauche ich noch? noch 1,2,3,4 1,2 was passiert überhaupt wenn ich hier rein stehe kriegt schaden einmal hier und einmal da ich hole noch schnell einen brauchen wir noch noch was essen so jetzt haben wir genug die bleibaren da fehlt noch und jetzt glaube ich noch ein kaltes und ein warmes das erste fängt alles an zu brennen früher hat man das mit Wasser und mit Lava gemacht aber weil diese Dinge verbrauchen Strom also man kann ja Strom in denen speichern und wenn man sie speichern möchte dann braucht man die kälteste und die wärmste Substanz und wenn man das hat dann ja dann gibt es auch mehr Energie gleich zu Stein geworden von Bruchstein gleich zu Stein so heiß ist das ich habe noch die Magmatiegel hier angetan und das füllt sich jetzt automatisch auf den und der noch ich habe noch auch nicht das ich noch sterbe hier Wie viel noch? Noch 3. Und dann kommen schon die Verkabelungen. Den da. Den da. Und noch einen. So. Jetzt frage ich mich noch schnell. Weg. Die Flüssigkeit die hier drin ist, die wird gespeichert. Das ist noch cool. Wenn man die abbaut sind die gleich noch. Da. Also die Flüssigkeit ist noch drin. Machen wir mal. Hopp. Da rein. Das auch. Den auch. Den auch. Den auch. Energieleitung. Das mache ich mal da. Da rein. Ich kann mein Inventar ein bisschen aufräumen. Dann. So. Das da. Raus. Jetzt. Das da. Schwarze Pulver. Da rein. Zambi hat. Oh ja. Da. Das Fleisch hier. Können wir wegwerfen. Dann. Was essen. Zwei. Dann. Das auch. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Goldene Energieleitung. Oder. Wie das genau geht mit dem. Kann man glaube ich einfach so rauf. Oder. Jetzt kann man die Energie. So weitermachen. Noch eins. Zack. Ja. Von dem brauchen wir noch mehr. Dann können wir hier die Energie raussaugen. Und oben lang machen. Machen wir jetzt gleich einmal. Schnell. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Brauche ich da auch ne. Hölzerne Energieleitung. Ich glaube ja. Redstone. Und. Da brauche ich ne Menge. Ja. Ja. Das hat erreicht. Und dann. So. Da haben wir noch vier. Ähm. Hölzerne. Haben wir auch noch Hölzerne? Hier. Nope. Müssen wir machen. Gold haben wir noch. Ja. Holz. Ähm. Was ist das mit dem? Ich glaube. Glas haben wir fast kein mehr. Schnell machen. Glas wie Glas. So. Kann man da schnell. Glas machen. Ähm. Was wollte ich? Hier. Das waren die Holzbretter. Ne. Das waren die Holzbretter. Ähm. Was wollte ich? Ne. So. Dann das. Das. Ähm. Einmal. Redstone. So. 24. Und. Dann kamen wir noch das. Und das. Und. 4. So. Und. Jetzt können wir nach vorne gehen. Nochmal die goldenen abbauen. Ich bin mir nicht sicher ob das geht. So. 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 Ah. Da brauche ich noch am besten mehr von denen. Aber nicht mehr viele. Oh. Ich komme nicht mehr raus. Oh. Fast tot. So. Jetzt haben wir keine mehr. Müssten noch ein paar holen. Also machen. Meine Goldfarm ist auch am laufen hier. Gut. Vorne. 12 Glas. Ja das reicht für Anfang. Da. Und da. Da machen wir. Mal 6. Oder 7. Nö. Genügend. nicht. Ich weiß. Wir brauchen nicht mehr so viel. Aber. So. Und. Jetzt auch. Redstone. Aber was wir haben. Haben wir. So. Ich schneide die Verkabelungen. Ich schneide die Verkabelungen. so. So. die ganzen miteinander verbinden den kann ich wieder abbauen war er klar den auch noch den noch vergessen und jetzt verbinde die dann alle miteinander dann sind wie das hoch und dann rüber aber was wir jetzt noch machen können zu ende der folge sind ein paar lasers redstone obsidian und diamant haben wir jetzt haben wir auch diamant haben wir auch hier hin zwölf laser den hier den 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 und den was wir mit den machen seht ihr in der nächsten folge und dann lasst doch ein like oder ein abo da wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten mal wieder und tschüss so